Ein letztes Mal. Die letzte Klausur in dieser Klausurenphase. Danach kann der Vogel wieder fliegen. Wir gehen direkt rein. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem fantastischen Donnerstag. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Casonespresso. Es wird Zeit. Die letzte Klausur, die letzte Prüfung, das letzte Fachgespräch. Wartet und dementsprechend heute eine wunderschöne Case am Start. Eine bezaubernde Shattered Web. Meine Güte, sind hier geile Skins drin. Wir fangen an. Natürlich bei den Berettas. Unfassbar geil. Dazu auch die AUG Arctic Wolf. Die P2000 Obsidian. Take 9 Decimator. Krieg. Die Scout Bloodshot ist einzigartig, muss man sagen. Die geile, wir sind bei den Reds. AWP Containment Breach. Unfassbar schickes Teil. Im Battles Guard immer noch richtig schick. Und die MAC-10 Stalker. Dazu wunderbare Golds. Und die letzte Klausur heute. Danach. Da ist die Stalker vorbeigeflogen. Meine Güte, knappen Red. Vorbei. Landen bei der R8 Revolver Memento. Meine Güte. Hat natürlich eine gewisse Detailarbeit. Das kann man gar nicht verneinen. Schicker Skin an sich. Ist aber halt am Ende ein Revolver. Was soll ich sagen? Das zieht das Ding natürlich ziemlich runter. Floatmäßig. 0870. Knapp Minimal Wear. FN knapp vorbei. Ein bisschen schade. FN hätte ich genommen. Aber am Ende reden wir hier über den Blue. Unschön für sich genommen. Gar keine Frage. Aber in MW dennoch knapp 1,20. Somit auf jeden Fall. Preislich interessant, wo wir bei FN rausgekommen wären. Darüber reden wir aber nicht heute. Ganz im Gegenteil. Der Morgen ist vollgepackt. Die Prüfung gegen Mittag. Und wie gesagt, danach fliegt der Vogel frei. Mehr Streams. Mehr Videos. Ich hab Bock. Ich hab richtig Bock. Dementsprechend ein Highlight. Aber erstmal in die Prüfung. Und euch natürlich einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderbaren Start in diesen Donnerstag. Viel Erfolg bei dem, was ihr heute tun werdet. Und wir hören uns natürlich spätestens morgen wieder in alter Frische. Vielleicht sogar schon heute Abend. Also, bis dahin.